Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück! Ich sehe gerade meine Güte, hier haben sie das Interface auch noch ein bisschen, ne? Aktueller Auftrag, das hatte mein Freund glaube ich nicht, ne? Heißt ja schon Bekalien, 20 Tonnen, von München nach Berlin. Mittwoch, bis Mittwoch haben wir Zeit. Folge Gütung 16671. Gehen wir hier auf Profil? Oh! Ja, Ronny Danger, das ist meiner... ...ist mein Typ zum Schauen, ob auch alles richtig läuft. Ok, Fähigkeiten, Karriere, Entwicklung. Ah, schaut mal! Eine Statistik, wow! Fähigkeiten sind eigentlich schon extrem gut, würde ich meinen. Als nächstes, Sprit sparen erfahren. Immerhin, Sprit kostet hier unwahrscheinlich gut Geld. Dann machen wir einfach ADR. Erstmal Sprit sparen, weil sonst müssen wir ja hier jede dritte Tankkredit nehmen. Und das will ich nicht. Gut, äh, das geht uns alles gerade gar nicht an. Firmstatus, die Bank. Wow! Wir dürfen 400.000 Euro-Kredite aufnehmen? Finde ich gar nicht mehr so schlecht, ne? E-Mails? Haben wir da irgendwas? Wir können E-Mails... ...wachsen helfen. Ja, sag so. Ich will hier einstellen. Ich will hier nicht einstellen. Nee, das gab's schon von Anfang an, oder? Also, tut mir jetzt leid. Ihr könnt das gerne überspringen. Oh! Oh! Ah! Ah, schaut mal! Nee, das hatten wir doch schon. Ah! Mitten aus dem Nichts. Ah, ne, das ist ja. Damit beginnt unsere Tour einfach mal aus dem Stand heraus. Da sollst du ja zuvor den Fehler gegeben haben, dass nur dein eigener LKW auf einmal stand und auf einmal sind sie dir alle reingefahren. Hätte ich nicht so lustig gefunden. Wenn wir auf einmal hier 1.000 Autos in den Rücken reinfahren, meine Ladung etc. alles ordentlich beschädigt wird. Oh! Ah, du bist da draußen. Entschuldigung! Oh! 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 Zumindest hat die Umgebung in der IGA von allen irgendeinem Interessiert die, glaube ich, kaum. Was hast du doch gerade eben noch geholt? Das Spiel macht Spaß. Es ist einfach eine Tatsache. Vor allem, wenn du dann linkwertest. Erst dann macht es richtig, richtig Spaß. Vor allem, das ist das mit 50 Euro. Denk gerade, wenn du so professionellst wirst. Wird von 300 Euro? Interessant. Das nicht auch mal die Sphäre? Nee. Aber das Geld würde ich woanders anlegen. 300 Euro liegt jetzt so ein bisschen betrieben. Aber dafür hast du dann auch wirklich alles. Du hast dein Lenkrad, du hast die Gasbremse, Kuppeln. Du hast natürlich dann Steuerküppeln. Und zweit und zweit und so vor. Und dann sehen wir hier auch wirklich was. Ah, mal. Auf Automaten dürfte kein Fernlichter haben. Sag mal, das Kalle hat doch nur hier irgendwo begrenzt viel drauf. Okay. Wie sind wir jetzt gerade nur bergauf gefallen die ganze Zeit? Naja, es geht nach München, es geht nach München, München. Es war ja, war ja. Durchaus etwas rügelig. Und was sagt der Computer? Drei Stunden brauchen wir noch, um das alles zu tun. Was? Schaffen wir noch? Oder? Dann will ich doch. Oder sollten wir will nicht unbedingt mit den Glitzer ein. E-K-W-Kauf. So, dass wir unser eigener Herr sind. Fände ich toll. Das fände ich wirklich, wirklich toll. Ich bin so männlich. Mit einer Hand denke ich hier kann das gesamte Teil. Ist so cool. Fände ich wirklich, wirklich angenehm. Bald kommt doch eine neue Folge in Jack the Lines, Make it Action raus. Das wird wohl wahrscheinlich die letzte sein. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ganz ehrlich. Und wenn bei Gamerwatch drin steht, aufgegeben. Aufgegeben ist blöd. Ein bisschen dabei noch mal andere Optionen. Hinschmeißen. Pausieren zum Beispiel. Pausieren klingt doch viel cooler als aufgegeben. Aufgegeben klingt schwach. Das klingt so richtig entwärmlich. Das klingt so nach dem Motto. Das klingt so schlecht für dieses Spiel. Aber wenn man steht torsiert. Oh mein Gott. Irgendwann passiert es nicht weiter. Ich habe so hoch und geschossen. Ich müsste eigentlich mal in meinem Gamerwatch-Computer wieder etwas überarbeiten. Ein bisschen Community-Pflege betreiben. Bei der Community, die ich habe. Die ist nur relativ bewegend. Aber... Wohin geht es mir eigentlich mit meinem Letze, please? Welche philosophische Fragen. Mir geht es nur um da Geld zu verdienen. Nein, nicht wirklich. Mir geht es einfach nur um den Spaß an der Freude. Und... Das haben jetzt auch zwei meiner Freundinnen. Meine zwei besten Freundinnen. Haben das ja jetzt noch mitbekommen. Wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, warum. Schaut euch doch mal Hound an. Da gibt es sogar eine extra Playlist von. Einfach nur Hound. Ein bisschen nur zwei Folgen. Ich habe ja mal geschrien. Letzte Mädchen fällt mir da gerade wieder ein. Traurig. Nö. Ich war derjenige, der es spielen musste. Und... Da gab es ja auch wohl mehr... Mehr... Kleinen bisschen Pan als alles andere. Ja. Also da gehst du extra hin. Äh... Zu deinem Elektronik-Fach-Handel. Jetzt hier so einen Audio-Adapter kommen. Damit du in zwei Kupfer gleichzeitig eine Bucse stecken kannst. Ein paar hatte ich... Oder habe ich schon gehabt hier. Und da kaufe ich mir... So ein ähnliches Teil. Nur war das... Cinch. 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 Kindchen. Wie wird denn das ausgesprochen? Ihr wisst schon hier, was eigentlich für Fernseher ist. Äh... Rot-Gelb-Weiß. Das gibt es aber auch nur für Audio. Und... Was ist das? Und... 21 Uhr fangen wir dann an, haupt zu spielen. Nach... Mehrfachem Download des Spiels. Weil wir ewig nicht die richtige Version hatten. Haben wir erst die ganze Zeit die Version 0.9 spielen wollen. Aber es hätte dann nicht das angestattet. Und dann hatten wir... Okay. Fand ich total geil. Und... Ja... Wie gesagt, ne... Kopfhörer... Anschließen. Auf einmal ging das nicht. Ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und... Zu dritt... Vier... 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 Rohrstöpsel teilen. Äh... Macht sich ganz ganz schlecht, ne. Also eine geht komplett leer aus. Oder... Zwei haben nur ein Rohr. Geht gar nicht so. Ich also hin und her überlegt. Ich habe mein PC rumgefummelt. Weil... Ich hab ja... Meine Kopfhörer, mit denen ich Sitzung aufnehme, sind digitaler Input. Beziehungsweise auch Output. Weil ich hier mein... Äh... Kopfhörer noch rein theoretisch ein Mikrofon anschließen könnte. Ich hab das alles schon probiert. Und dann war aber die Tonqualität nicht so gut. Also... Überall... Hab ich immer noch mein jetziges Altersmikrofon von... ...Trust. Nehme dann lieber auf. Über den normalen Umstecker. Also... Die ist gut. Und... Wäre digital... Das ist dann in und auch gut. Und... Via USB... Höre ich meine Sounds. So... Ich das also... So hinzubringen. Dass die Mädels... Das über den Kuhn steckern können. Also man da auf ihren Kopfhörern... Und ich auf meinen Kuh... Denk in den Kopfhörern hören kann. Hat alles nicht funktioniert. Ich... Ab sämtlichen Foren durch Forstentüber... Irgendeine Möglichkeit... Hat auch nicht gefunden. So... Wir gehen einfach mal hier nichts rüber. Wir müssen ja hier runter von einem Auto machen. Hat alles nicht gefunden. So... Letztendlich... Meine... Logitech... Lautsprecher. Ich bin immer noch stolz, die gekauft haben. Logitech ist einfach so geil... Was das angeht. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich bin ein total Logitech-Freund. Um ehrlich zu sein. Und auf jeden Fall... Ja... Dann hier alles irgendwie... Wirklich nur irgendwie zusammen... Geschmustert. Dass ich irgendwo meine Tastatur, meine Maus habe. Äh... Mikrofon... Ich habe gesagt, das wird total lustig. Das haben wir einfach irgendwie aufgestellt. Und alle hängen sie da mit drin. Und... Verquert davor. Um was sagen zu können. Oh Gott, war das lustig. Doch, das war richtig... Richtig lustig. Ah, nein! Boah! Ey, komm! Sonst hat's auch immer funktioniert. So, nur ein kleiner Unfall. So, nur geringfügig. Ah, da müssen wir ja schon rein. Die wollten ja den Kräfenschuss. Ah, ne! Hier kann man ja noch was entdecken. Dann gehen wir erst mal auf Entdeckungsrunde. Das wird schon... Nur der erste Teil der überlieben ist. Und dann schauen wir uns bitte nicht mal etwas. Au! 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 M. M. Hier haben wir M. Aha, okay. Hier kannst du entdecken. Einmal was dort hinten. Und einmal hier vorne. Ich wette, hier kommen wir jetzt nicht links so runter. Deswegen fahren wir einfach gerade aus, das erste Mal. Von der Spur biegen dann irgendwann links an. Die Minute haben wir auch noch. Aber mehr als auch noch. Wie können wir dann anfangen, wie wir das so schaffen. Man darf geschmarrt sein, ich meine. Klar, schafft man. Schaut euch das doch mal an. Zack. Ach, war das nicht perfekt gebremst? Jetzt mal ohne Mist. Das war perfekt. Wenn etwas anderes seid. Und erschossen. Nein, bitte. Komm. Sie. Bei dem Lenkrad hatte ich eigentlich von daher noch Angst, ehrlich gesagt. Da hatte ich erst noch gedacht, oh mein Gott, das kann man nicht. Das ist wert. Ich dachte, es wäre dann immer ein Winter. Aber daher brauchen wir ja nicht wirklich, aber... Aber den liegt schon entdeckt. Aber rein theoretisch an den immer einen, dann hat er schon entdeckt. Wie herrlich hier auf einmal alles geht. Dick rund, dick rüber gelenkt ohne Probleme. Ich habe schon gesagt, dass ich stolz bin auf meinen Lenkrad. Ich glaube, ja. Ah, guck, 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 guck. Ja. Das kommt davon, wenn man dann so viel los sinkt. Ah. Ich wollte es schon sagen. Zu schnell. Geblitzt. Ich suche vom Fahrschlisch nicht. Ich suche dir einen anderen Weg. Das ist leider. Wie sehr würde ich mir wünschen, wenn er nicht links abliegen. Täter, äh, täter. Das kann man sonst nicht aussuchen. Oder? Gib mal ein Zeichen. Äh, wie wollen wir? Ja. Ach, na bitte. Da dachte sie sich jetzt bloß abräumen von dem Verrück. Ich bin immer nicht verrückt. Oder? Ja. Ah, perfekt. Ich sag es doch. Ich sag es doch. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. 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 Schaut mal, aber das hat sich hier definitiv verändert. Und next level, geübt unser Arbeiter. Also bitte. So, spritsparend, haben wir gesagt. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Vielleicht ist es soweit. Nein, wir brauchen nur noch ein Level und dann ist es wirklich definitiv soweit. Dann kaufen wir uns einen LKW. Bis dahin, tschüss.